Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem Interview-Video. Hier zugeschaltet ist nämlich heute der Oliver Hummel. Hallo Oliver. Hi Stefan. Vom Setup her, ich schiele wahrscheinlich ein paar Mal an der Kamera vorbei. Ich habe hier den Laptop stehen. Wir machen FaceTime-Call, deswegen eine Kopfhörer. Wir nehmen das aber parallel halt auch mit hochwertigem Video auf, damit wir dir als Zuschauer nachher ein gutes Video bieten können. So, Oliver ganz kurz, der macht Videos auf YouTube, vor allem so Reisevideos. Und wenn du da mal reingucken möchtest, das sind so entschleunigte Videos. Sehr, sehr aufwendig. Wenn ich seine Videos gucke, denke ich immer so ein bisschen, habe ich immer ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ja, ich könnte mir mal mehr Mühe geben, mehr Timelapses machen und so weiter. Also sehr cinematisch und halt so entschleunigt, zum Runterfahren, so einmal durch Island eine Stunde oder so, eine halbe Stunde. Das kann man bei ihm sehr, sehr gut. Witzigerweise habe ich den Oliver kennengelernt auf einem Workshop. Das war 2016, 17, so war er, 17 wahrscheinlich. Ja, genau. Also im Winter auf jeden Fall. Vor sechs Jahren. Sollen kennen wir uns schon quasi. Also ich sehe, dass er mir seitdem auf YouTube folgt. Ich sehe hin und wieder Kommentare, weil man schreibt sich mal so ein bisschen und so. Also man ist so virtuell so ein bisschen connected. Und jetzt haben wir halt gesagt, wir machen nochmal zusammen ein Interview und quatschen so ein bisschen über seine Videos und Fotografie. Der Oliver wird auch einen Beitrag zu dem Zielfotomagazin Island beitragen, also hat er beigetragen. Der ist schon, der ist sogar schon lektoriert, genau. So Oliver, ganz kurz, wo bist du physikalisch gerade? Ich bin gerade in meinem Kellerbüro in meiner Wohnung in Mörs am Niederrhein. Du bist nicht hauptberuflich Fotograf, ne? Du machst das Ganze nebenberuflich? Nebenberuflich oder nur Hobby? Nebenberuflich. Nebenberuflich, genau. Machst du auch Auftragsarbeiten und sowas? Ja, habe ich relativ regelmäßig gemacht. Jetzt im Moment nicht so viel, weil gerade YouTube irgendwie so ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt und mir auch viel Zeit kostet. Das kostet klingt so doof, aber einfach viel Zeit verschlingt, sagen wir mal so. Aber ich werde auch schon mal von Bekannten oder im weitesten Bekanntenradios mal gebucht für Fotoshootings oder was auch immer. Okay. Ja, und dein YouTube-Kanal, da geht es ja vor allem um Reisevideos. Du bist selbst so ein bisschen reiseverrückt? Oder ist das für dich Pflicht? Nee, das machst du schon, weil du Spaß dran hast, ne? Ja. Ist halt so meine Leidenschaft im Prinzip. Reisen und halt verbunden mit Fotografie. Okay. Genau. Ich verlinke den Oliver auf Instagram und YouTube natürlich. Also einfach mal vorbeischauen bei ihm, wenn du sehen möchtest, was für Fotos beziehungsweise was für Videos er macht. Du warst zum Beispiel gerade in Island, das ist gar nicht so lange her. Oder ist das Video nur nicht lange her? Wann warst du da? Ich war im September da. Ich glaube, das Video kam irgendwann im November oder sowas. Da warst du ja direkt nach uns. Wir waren im Juli, glaube ich, da. Ja, sowas. Okay. Wie lange warst du da? Das war nur eine Woche. Also ich war mit meinem Vater da. Wir machen immer so eine Vater-Sohn-Woche einmal im Jahr. Und da waren wir in Island und sind relativ viel rumgefahren, wobei es sich gar nicht so viel anfühlte, weil du kennst ja Island auch. Man fährt halt auf diesen einsamen Straßen ja total entspannt. Also wenn er mal drei, vierhundert Kilometer am Tag fährt, dann fühlt sich das eben nicht an, wie wenn ich jetzt zu dir hoch in die Lüneburg-Heide fahren würde und mich über 30 Baustellen ärgern würde. Das ist einfach entschleunigt, das Reisen zu fahren. Es ist nicht so stressig. Man fährt langsamer, die Straßen sind leer, man kann sofort sich hinfahren, Podcasts anmachen oder so. Genau. Das finde ich ganz gut. Ja, wir haben auch zu viele Kilometer gemacht, genau. Du bist einmal rumgefahren, glaube ich, ne, Island? Nicht ganz, wir sind einmal hochgefahren, ganz oben in den Norden, da zu diesem Arctic Henge, wo ich dir die Fotos geliefert habe für das Seafoto und dann sind wir einmal durchs Hochland runtergefahren. Also eine dieser beiden Hochlandpisten. Ah, dann würde ich quasi einmal außen rum und dann quer durch zurück. Ja, genau. Okay. Genau, das hatte ich eigentlich schon länger auf meiner Liste, mal einmal durchs Hochland fahren und ich meine, Wetter war jetzt im September einfach perfekt dafür. Also ideale Bedingungen. Klar, die Straßen waren mal ein bisschen holprig, aber ist ja nicht schlimm. Also wir mussten keine Flüsse durchfahren oder sowas. Also so, passt da alles, wunderbar. Okay. Was hattet ihr für ein Auto? Einen Kia Sportage, glaube ich. Also gar nicht so ein Super Jeep oder sowas? Nö, einfach Allrad, weil das braucht man ja für gewisse Straßen. Für diese F-Roads ist es ja, glaube ich, Pflicht, Allrad zu haben, egal wie viel Bodenfreiheit. Also wenn du einen Golf hast mit Allrad, kannst du ja da, glaube ich, auch fahren. Ja, und passt da gut. Okay, na gut, man muss halt dann Straßen haben, wo man tatsächlich nicht durchs Wasser muss, ne? Das war, wir sind ein paar Mal durchgefahren. Ja, genau. Also wir sind mal eine Furt gefahren, das ging. Aber ich wollte es jetzt nicht ausreizen, aber dann vielleicht mit einem anderen Auto mal. Ich glaube, ihr hattet ja richtig so ein mit Schnorchel und allem. Genau, mit Schnorchel und dann so ein höher gesetzter Motor und das ging dann ganz gut. Das ist ja, glaube ich, auch das Problem, wenn du keinen Schnorchel hast, dann kriegst du irgendwie vorne über die Motorhaube Wasser rein, wenn du zu schnell da durchfährst und es zu tief ist. Und dann verreckt er dir. Genau, du musst natürlich für den Verbrenner brauchst du Luft, ja, genau. Und wenn der unter Wasser ist, dann geht das nicht. Genau. Weil theoretisch kannst du auch irgendwie, glaube ich, Motorhaube unter Wasser, ist völlig egal, solange der Motor Luft kriegt. Genau, der ist ja, der Motor selbst ist ja natürlich luftdicht, genau. Also klar, die Batterie darf kein Wasser abkriegen, irgendwann ist der wahrscheinlich schon, das weiß ich nicht. Aber, ja, und darfst du halt nicht abwürgen, weil der Ausbruch ja auch unter Wasser ist. Genau. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber habe ich gelesen, dass wenn man den abwürgt. Ich glaube, da gibt es auch so, da gibt es auch, glaube ich, solche Rückfall, so ein bisschen wie bei der Waschmaschine, irgendwie so ein Ventil hinten, was dann quasi zuschlägt, damit kein Wasser reinläuft, meine ich. Aber es ist gefährliches Halbwissen. Okay, ja, also lieber nicht ausprobieren, genau. So, noch ganz kurz Island, Oliver. Was war da so dein Highlight? Ja, die Polarlichter, ne? Also, das ist, ich habe Polarlichter einmal vorher gehabt, vor einigen Jahren im Norden von Norwegen und, ja, jetzt in Island halt mit diesem Arctic Hedge, was halt wie so ein Stonehenge im Prinzip ist, ist es halt perfekter Vordergrund und es war einfach, es war fast eine laue Sommernacht, also soll man gar nicht meinen, wie viel Glück wir da hatten, einfach oben abends, hätte fast ein T-Shirt stehen können, keinen Wind und sowas, also einfach nur entspannt und dann ging es los, also das war schon klasse. Okay, habt ihr ein bisschen Glück gehabt, ne, September kann man, muss man nicht Polarlichter kriegen, ne? Kann auch schon Schnee sein, ja, kann ganz anders aussehen, klar. Nee, ich meine auch wegen Polarlichter, wobei, ihr wart natürlich ganz im Norden, da kommt die vielleicht noch ein bisschen früher, weiß ich gar nicht. Ja, theoretisch kann man die auch im August schon haben, also das braucht eigentlich nur, die Nacht muss nur vollkommen schwarz sein, mehr ist dafür eigentlich nicht notwendig. Also man sagt immer nur im Winter, aber es ist eigentlich, hat es nur was mit der Dunkelheit der Nacht zu tun. Genau, eigentlich sieht man sie rund ums Jahr, nur sieht man sie halt nicht, weil es zu hell ist. Exakt. Genau, ja. Als wir da waren im Juli, war es ja gar nicht richtig dunkel, da ging es natürlich nicht, ne. Ja. Okay. Und was ist so dein nächstes Fotoprojekt, Fotovideo? Ähm, jetzt geht es im Mai auf die Ferroja, für eine Woche wieder, wieder Vater-Sohn-Woche und dann im September drei Wochen nochmal in die USA mit Campen im Auto, das habe ich jetzt letztes Jahr auch nochmal gemacht oder nicht nochmal, habe ich zum ersten Mal gemacht, also Matratze hinten reingeschmissen und dann einfach drei Wochen im Auto gehaust. Und das war ein schönes Erlebnis, also hat mir so gut gefallen, dass ich das jetzt dieses Jahr nochmal wieder mache. Bist du alleine unterwegs? Äh, nee, mit einem Kumpel, der wollte letztes Jahr schon mitkommen, aber passte für ihn dann familiär leider nicht und jetzt wollen wir es dieses Jahr in Angriff nehmen, aber im Zweifelsfall mache ich es halt auch wieder alleine. Und das war's. Und das war's. Untertitelung. BR 2018 Womit fotografierst du und filmst du Kameras? Ich bin auf Nikon, also ich habe eine Z6 und eine Z7 und nutze die Z6 meistens für Filmen und die Z7 für Fotos, aber ich wechsle da auch durch, also je nachdem was gerade für ein Objektiv drauf ist. Also zum Vloggen nehme ich halt nicht immer dieses 20er 1.8 von Nikon und das ist meistens auf der Z6 drauf, aber wenn ich mal mit dem 24, 120er was filmen will, dann filme ich halt mit der Z7, ist mir völlig egal. Okay, Z6-1 und Z7-1 noch, die alten noch. Ja, ich habe bisher noch, also ich warte wirklich händeringend auf den Nachfolger, also ich komme mit den Kameras, ja, Z8 oder Z6-3 oder was auch immer, da warte ich schon sehnsüchtig drauf, wobei, also die Kameras sind ja super, also ich komme damit gut klar, aber klar, man will so ein bisschen Autofokus, wenn man ein bisschen was mehr hat. Also ich war im letzten Jahr auch in Peru mit einer Fotogruppe und die meisten hatten halt irgendwie eine Sony dabei, eine moderne Sony und oder eine Canon, eine moderne und wir waren halt auf so einem Viewpoint, wo wir Condore fotografieren konnten und ich merkte einfach, okay, da komme ich mit meiner Kamera absolut nicht mit, also es ist einfach, ja, für solche Sachen ist es halt, reicht es dann leider nicht aus, da war ich dann schon ein bisschen neidisch auf die anderen. Aber so für die, für das Landschaftsfoto ist ja eh wurscht und da ich nicht groß People-Fotografie mache oder sehr selten, stört mich das halt nicht so, aber klar, für Tiere oder sowas mal. Und ich meine, um ganz kurz, weil du machst ja dann auch die Selfie-Geschichten, dann hoffst du einfach so ein bisschen, dass du ein Bild bist, weil du hast ja kein Klappbildschirm. Ja, genau, aber ich weiß es ungefähr so von der Entfernung und der Augen- oder ist, glaube ich, Gesichtsautofokus im Video, der reicht aus, also ich habe eigentlich fast nie den Fall, dass er mich nicht drauf hat. Das geht schon. Okay. Ja, okay. Aber klar, Klapp-Display wäre natürlich ein Thema, das wäre natürlich wunderbar. Jetzt auch gerade wieder, habe jetzt hier die Nikon Z6 dran und habe hier so einen kleinen Rekorder, aber auch um einfach zu sehen, ob ich im Fokus bin. Ja, ja, das ist natürlich schon ein Thema, weil ich gehe davon aus, dass Nikon das künftig bei allen Kameras machen wird, weil per se können sie das ja. Ja, wäre man. Das ist jetzt, ich habe da keinen Insider, das ist jetzt nur spekuliert natürlich. Schade. Ja. So, und das war so ein bisschen Kamera und jetzt hast du gerade schon gesagt, externen Rekorder nimmst du noch dazu, was denn so deine Videoausrüstung, so gerade so, also wenn du unterwegs bist auf den Reisen, was nimmst du da an Videoausrüstung mit? Nur die Kamera und halt die typischen Objektive oder noch was? Genau, nur die Kamera und so ein Rode VideoMicro, beziehungsweise zwei, eins als Backup und das war es eigentlich. Okay. Also ich nehme jetzt keinen Rekorder mit oder so, auf Reisen, das muss ja alles in den Fotorucksack passen. Ich nehme auch keinen Gimbal mit, habe ich mal mitgehabt, aber das ist mir einfach zu viel Gedöns und ja, ich nehme eine Drohne dabei. Und die so, welche? Also das ist halt immer die DJI Mini 3 Pro aktuell. Die Mini, okay. Ja, die ist einfach perfekt, die passt gut in den Rucksack und auch von den Regularien kann man in relativ vielen Ländern benutzen und Bildqualität ist top. Also klar, natürlich jetzt irgendwie die Große mit einem MFT-Sensor, aber da ist 90% für Videonutzte, siehst du den Unterschied eh nicht. Ja, das stimmt natürlich. Ja, du machst auch sehr viel Timelapses, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben bei einem Video. Ich mache nochmal schnell einen Timelapse und ich sage, warum mache ich so einen Timelapse jetzt, weil es immer cool kommt. Wie machst du das? Unterschiedlich, also wenn ich gerade wirklich, wenn es wirklich eine Szene ist, wo es sich lohnt, dann mache ich einen Timelapse mit dem eingebauten Intervall, Intervallometer heißt es glaube ich, und mache dann RAW-Dateien. Aber zwischendrin mache ich auch einfach mal mit dieser internen Timelapse-Funktion, dass dann mir ein MP4-Video daraus spielt. Also so in Gänzbereichen, jetzt so ein Tag-zu-Nacht-Zeitraffer oder solche Sachen, dann halt mit RAWs, aber auch zwischendrin mal ein Video, weil das ist halt immer viel gedönst, wenn du dann irgendwie 500, 800 RAWs hast, die du zu Hause zusammenstellen musst. Das ist viel Speicherplatz, was weggeht. Die Nikon hat ja nur XQD, ist das halt auch schnell voll und ja, aber dann halt in der Timelapse. Ja, die hat nur einen, leider. Ja, stimmt, bei der neuen habe ich ja wieder SD-Karten drin. Genau, und dann überlegst du natürlich zweimal, ob sich die Szene jetzt lohnt, da 40 GB zu verballern oder ob du mal eben so ein Video machst. Ja, stimmt. Stimmt, habe ich gar nicht daran gedacht, weil ich habe jetzt hier eine 500 GB SD-Karte drin. Das spielt einfach keine Rolle für mich. Aber klar, bei der Nikon, bei der alten, das war echt ein Thema. Ja, das stimmt, die kleinen Karten. Genau. Was du gerade sagtest, du machst immer schnell oder ich mache immer schnell einen Timelapse. Ja, eigentlich stelle ich die Kamera irgendwo auf und lasse es laufen. Und ich finde das, also wenn ich gerade denke, finde ich das eigentlich sehr entspannt, weil eigentlich kann man sich irgendwo dann schön hinhocken, lässt die Kamera laufen, hat 20 Minuten einfach Zeit, nichts zu tun, einfach nur die Landschaft zu genießen. Klar, wenn man jetzt auf einer Wanderung ist, dann mache ich keine Timelapse. Aber abends an einem Viewpoint oder irgendwo, klar, das ist auch super angenehm und spannend. Ist so, also jetzt zum Beispiel Teneriff war der Sebastian ja dabei, da haben wir auch ein paar Timelapse gemacht, einfach mit der GoPro. Die macht das ja auch überraschend gut. Und die kannst du gut mal irgendwo auf einem Mini-Stativ, so einen Gorilla-Pod irgendwo hinstellen. Genau. Und dann hast du nachher mehr Video-Material zum Schneiden, ja. Lohnt sich schon. Also ich mag es gerne auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also werte das Ganze total auf. Gerade auch, wie du gesagt hast, so ein bisschen entschleunigt das Ganze. Schnellmusik runtergelegt, ist ja prinzipiell schnell gemacht eigentlich. Genau. Okay, ja. Und das ist so ein bisschen, bei mir ist so ein bisschen entweder Timelapse oder Drohne. Also beides kombiniert eigentlich nicht. Und dann ist es halt so, wenn man Drohne fliegen darf, fliege ich mit der Drohne. Aber gerade in den USA, Kanada und so weiter, wo du in den Nationalparks unterwegs bist, da darfst du ja noch nicht so fliegen. Das heißt, dann ist halt der Timelapse dran. Okay, ja, verstehe. Stative mögen die hier oben nicht. Deswegen muss man hier ein bisschen kreativ werden. Die Gards sind auch schon hier sehr auf H8-Stelle und gucken schon die ganze Zeit. Dafür haben wir den ganzen Machu Picchu quasi von uns selber. Stative mögen die hier oben nicht. Okay. Und jetzt hast du einen YouTube-Kanal, der ist auch nicht mehr ganz klein. Wie lange machst du das schon? Also so richtig seit, eigentlich beginnen wir Pandemie. Aber den Kanal gibt es eigentlich schon seit 2011 oder so. Es ist halt so ein typischer Fall von, man ist im Urlaub, macht einmal im Jahr so ein, ich nenne es mal so ein Aftermovie, so ein Drei-Minüter-Beste-Zusammenschnitt von Drohnen-Zeitraffan. Und dann kommt wieder sechs Monate nix und dann kommt wieder sowas. Und da baust du dir natürlich auch keinen Kanal mit auf. Das ist zwar nett, das zu haben, aber du brauchst halt irgendwie, wenn du ein Publikum haben willst, musst du halt auch selber vor die Kamera treten, was ich irgendwie auch am Anfang sehr, sehr komisch fand. Und da musst du halt regelmäßig liefern. Und das mache ich jetzt so seit drei Jahren. Seitdem merkt man halt auch, davor hatte ich irgendwie so 100 Follower, 120. Und seitdem sind halt jetzt irgendwie über 3000 dazugekommen. Ja, okay. Das ändert sich ja mit diesem Video. Da kommen ja nochmal ein paar dazu. Das ist ein Tritt vor Schienbein. Zumindest mal vorbeischauen. Würde mich freuen. Ob es dir gefällt. Ich will natürlich niemanden nötigen. Aber zumindest mal reinschauen, ist ja nicht verkehrt. Ja, weil du steckst ja schon, ich kann das ja ein bisschen beurteilen, du steckst ja schon viel Energie rein. Willst du das auch mal ausbauen? Soll das mal irgendwie ein Nebenstandbein werden, ein richtiges sogar? Oder bleibt das ein bisschen auf Hobbyschiene bei dir? Ach, so eine Mischung aus beiden, würde ich sagen. Also ich freue mich, wenn das ein bisschen mehr wird. Ich freue mich, wenn man vielleicht die ein oder andere Kooperation mal damit machen kann. Wenn man vielleicht ein bisschen was in Geld dadurch zurückbekommt. Also ich sage mal einfach davon leben. Dafür müsste ich ganz anderes Content machen. Ich glaube, das ist sehr schwierig. Ich glaube so als Ziel einfach zu sagen, wenn YouTube und alles, was man damit generieren kann, mir so eine schöne große Reise im Jahr finanziert. Also ich sage mal, was sowas kostet, irgendwie 4.000, 5.000 Euro. Oder zumindest teilfinanziert, dann bin ich da eigentlich schon happy mit. Ja, das ist ja schon mal was, ja. Okay. Das heißt, du hast ein bisschen Werbeeinnahmen dann darüber. Ja, genau. Aber es ist ja nicht viel. Nee, nee, ich weiß, was es ist. Und es ist aktuell auch schwierig. Also aktuell ist es halt auch irgendwie mit dem, ich weiß nicht, YouTube pusht da wohl sehr stark diese Shorts und so weiter. Das versuche ich auch ein bisschen. Aber irgendwie ist es schwierig, glaube ich, in der aktuellen Zeit da noch irgendwo durchzukommen bei den Leuten. Weil die Zeit ist halt irgendwie, also gerade in meinem Fall jetzt, ich habe ja diese Reisefilme, die so ein bisschen länger sind, die sind so 30, 40, 50 Minuten. Und die Zeit muss man sich halt auch nehmen. Also das ist halt auch mein Ziel. Ich will halt auch irgendwie die Leute eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang mitnehmen, dass sie eine gute Zeit haben. Aber natürlich in der Zeit, wo vieles auf dem Handy geguckt wird, wo bei Instagram ein Foto, Bruch davon Sekunden angeguckt wird, nehmen sich halt viele Leute die Zeit nicht mehr. Und dann wird maximal so ein Short geguckt. Und selbst da, wenn du da nicht in den ersten drei Sekunden was Bahnbrechendes präsentierst, bist du auch schon weg. Also ja, ist halt so. Aber ich versuche das ein bisschen entgegen anzuarbeiten. Also ich sage mal, Leute, die bei mir auf dem Kanal sind, die bleiben eigentlich auch. Die mögen den Content. Und die freuen sich halt, dass bewusst ein bisschen was anderes ist als so. Der Standard-Influencer-Kram, ohne das jetzt abwerten zu wollen. Nee, nee, also offensichtlich ist es ja erfolgreich. Also darfst du ja nicht drüber lästern. Ja, interessanterweise, Chris Kauder, er sagt mir so ein bisschen das Gleiche. Ich sage immer, wenn ich mit ihm über seine Videos rede, sage ich immer, du musst ein bisschen schneller werden, per Katz und so. Und er sagt, nee, seine Fans wollen eben genau das, das Entschleunigte, mit ihm in den Wald gehen, mit ihm auf die Pisch gehen. Und dann passt das nicht zu sagen, mit den Tisch, sondern dann muss das ja auch ein bisschen, dann labert er ein bisschen und so und geht nebenbei durch den Wald oder so. Und das schätzen seine Fans entsprechend auch. Also da gibt es ein Publikum für. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass es schwierig ist zu wachsen, weil man muss halt erstmal hängenbleiben eine Weile, um reinzukommen. Und man ist so vom Handy gewohnt, ja, zack, zack, zack. Und wenn ich nicht zack, zack, zack habe, bleibe ich nicht hängen und merke vielleicht gar nicht, dass es sich gelohnt hätte, hängen zu bleiben in einer ruhigen Minute. Das ist so das Problem, ja. Ich verstehe das, ja. Und der YouTube-Algorithmus hilft dir natürlich auch nicht, wenn du sehr selten Content nur raushaust, dann gehst du halt auch sehr selten. Genau, deswegen versuche ich schon, wöchentlich ein Video zu machen und mache eigentlich so thematisch dann alles drumherum auch. Also ich sage mal, von einem Review von einer Drohne über mal ein Timelapse-Tutorial oder mal irgendwie ein Talk mit einem anderen YouTuber, einfach um Leute kennenzulernen und halt auch ein bisschen die Community zu vergrößern. Und dann kommen halt diese Reisevideos und die schlachte ich, das klingt jetzt so doof, schlachte ich dann halt auch aus, dann kommt man mal ein Video zu den Unterkünften. Also ich denke mir, dass halt so, das, was ich bei anderen sehen wollen würde, wenn ich reise, auf Reisen unterwegs bin und mir Anregungen hole und vielleicht Informationen hole, das versuche ich zu liefern. Ist, ja, ist halt sehr ich-bezogen gedacht, aber vielleicht funktioniert es ja bei den einen oder anderen. Ja, das denke ich auch sehr häufig. Wenn ich eine Frage habe oder irgendwas ich verstehe oder irgendwas wissen will, dann mache ich ein Video dazu. Weil ich mir denke, wenn ich diese Frage habe, haben andere die auch. Und ich zwinge immer jeder und ich zwinge, ist auch jeder meiner Meinung oder so, aber zumindestens für einen Teil, die so denken wie ich, die hole ich halt damit ab. Also das sehe ich total sinnvoll, ja. Ja, du bietest ja im Prinzip auch das Rundum-Paket an. Du holst ja eigentlich jeden, was heißt jeden, aber viele Fotografen aus allen verschiedenen Bereichen ab. Ist ja auch nicht schlecht, keine Frage. Gut, ich neige dann auch dazu, die Leute ein bisschen um den Kopf zu stoßen manchmal, weil ich auch mal eine Meinung sage. Ja, okay, gerade technisch, ne? Da sind die Leute empfindlich. Die sind die Leute empfindlich, ja. Fußballfans und Fotografen, ne? Irgendwie. Ja, das ist so ein bisschen so. Ja, ich merke das auch bei Technikvideos zum Beispiel, da kommen dann andere Leute auf den Kanal. Ja. Und durch die Suche und die sind dann teilweise, also die meisten sind freundlich, ne? Aber wenn unfreundliche Sachen sind, dann von Technikvideo Newcomern, sag ich mal. Oder das sind Newcomern Leute, die nur dazugekommen sind. Ja, glaube ich, das sind wahrscheinlich genau die gleichen wie bei mir auch oder so. Muss man, glaube ich, mitleben. Ja. Man eckt halt an irgendwo. Ja, ja, gehört dazu, das ist halt immer so. Man gewöhnt sich dran, also darfst du halt nicht zu ernst nehmen. Genau. Ich sag mal, solange man sich selbst nicht zu ernst nimmt und die ganze Sache nicht zu ernst nimmt, das alles halte Bild. Ja, okay. Ja, Oliver, Fotografie. Du machst vor allem Landschaftsfotografie. Hast du da so ein bisschen Präferenzen, was du machst? Oh, ja. Nö, eigentlich, also von, ich gucke jetzt mal meine USA-Bilder so an, eigentlich von Bergseen über Waldszenerien. Also ich liebe halt Herbstfarben, ich glaube, das wird man sehen bei meinen Fotos, also ich versuche immer im Herbst irgendwo unterwegs zu sein. Also ich sag mal, vom klassischen Reise-Postkarten-Motiv bis hin zu irgendwie einem schönen Baum, der mir gefällt. Also eigentlich bin ich da nicht irgendwie auf irgendwas fokussiert. Jetzt gucke ich gerade auf deinen Instagram-Account nebenbei, sind hier vor allem gerade die USA-Bilder, Zion National Park und so weiter. Genau. Sehe ich, du hast ja zumindest eine Zeit lang so ein bisschen so eine Serie, so Dreier-Serien immer gemacht, quasi immer dreimal das gleiche Motiv nebeneinander. Genau. Hast du das Gefühl, dass das funktioniert? Kriegst du dann irgendwie mehr Aufrufe oder so? Ich bin noch unschlüssig. Ich finde es schöner im Feed, also das ist eine rein ästhetische Sache. Also vorher hat mir mein Feed nie gefallen, weil der halt irgendwie immer ein anderes Bild war, das ein bisschen Chaos war und so finde ich es halt ein bisschen ruhiger und schöner. Ich würde sagen, dass es wahrscheinlich nicht, wie sagt man, effizient ist, weil ich poste die Bilder halt auch direkt nacheinander, damit der Feed eben nicht dann irgendwie zerstört ist. Und ich glaube, die Likes verteilen sich dann auf die Bilder so ein bisschen. Also es wäre wahrscheinlich sinnvoller, ein Bild zu machen, das würde mir wahrscheinlich mehr abkriegen. Mhm. Aber es ist mir letztendlich positiv aufgefallen, eben beim Blättern, zumindest jetzt hier am Computer, wo ich sie halt als Dreier-Reihe angezeigt kriege, ne, am Dreier-Raster. Sieht das sehr ästhetisch aus, da hast du recht, da habe ich nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube sofort, was du gesagt hast, es gibt nicht mehr Likes, ne. Aber es sieht gut aus. Ja, das war natürlich meine Intention. Also Instagram ist, da versuche ich den Kampf nicht in irgendeiner Form aufzunehmen. Und da haue ich die Sachen rein, freue mich über ein paar Leute, die es gut finden und ist dann halt so. Das ist halt so, ja, genau. Es ist halt auch, die meisten Nutzen sind ja am Handy, ne. Und das ist halt, eigentlich ist es ja ein Medium. Wir machen Fotos mit einer 40 Megapixel Kamera oder 33 oder was auch immer, damit die Leute es am Handy sich angucken. Ja, ja, und diskutieren über Randschärfe im äußeren Bildbereich und so weiter. Da ist das Sony besser als das Sigma. Ich bin mir nicht sicher. Voll reingezoomt. Das stimmt. Ich hatte die Tage den Michael Martin hier. Das Interview gibt es bei mir auf YouTube. Und da haben wir auch hinter der Kamera noch über Kameras gesprochen, weil solche Leute, die sprechen mich dann ja auch immer auf die Kameras an natürlich, weil sie wissen, dass ich mich auskenne und so. Und da fragt niemand, habe ich noch nie jemanden gehabt, der nach Megapixel fragt oder irgendwas. So die typischen Fragen, die Hobbyfotografen immer stellen, die stellen die Profis nie. Sondern die haben dann andere Fragen. Und das fand ich mal wieder spannend. Zum Beispiel hatte ich neulich die Alina, heißt sie, die ist Hochzeitsfotografin und macht so soziale Projekte, war in Afghanistan und so. Und sie hat eine alte Canon 5D. Und dann hatte ich sie gefragt im Podcast, da hatte ich sie gefragt, ja, alte Kamera, haben wir kurz darüber gesprochen. Die hat ja auch nicht so viele Megapixel, sage ich so. Und sie so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie viele Megapixel meine Kamera hat, mit der sie seit fünf Jahren fotografiert. Weil völlig egal, interessiert keinen Menschen. Der Michael ist ein Buch, der hat dieses riesige Buch gemacht. Und die Nikon Z5 hat 20 Megapixel. Who cares? Es ist halt eine solide Kamera. Für ihn ist wichtig, diese Kamera muss halt immer funktionieren. Die ist solide, die geht nicht kaputt. Nikon Z5, kann man nicht viel mit falsch machen. Wenn man sagt, das Wichtigste ist Robustheit, ja, dann ist die Nikon genau das Richtige. Und das ist ihm wichtiger als Megapixel. Wenn ich sofort gesagt hätte, ja, also 40 Megapixel muss ich schon haben, ich will ja groß drucken und so. Aber wir sind doch auch ein bisschen nerdig, oder? Ja, wir sind ein bisschen nerdig, genau. Und er ist erfolgreicher als ich, von so her macht er es richtig, dass er sagt, ich will ja auch Robust haben, ist ja klar, ne? Ich achte auf solche Details. Aber fand ich mal wieder spannend, dass er sagt, Megapixel ist mir völlig egal. Hauptsache die Kamera steigt nicht aus. Das ist definitiv so, keine Frage. Aber man freut sich ja doch über die Megapixel. Also wenn ich es mal auf dem 5K-Display angucke, freue ich mich schon über die Auflösung, so ist es jetzt nicht. Nee, das mache ich tatsächlich nicht. Aber in der Nachbearbeitung, es sind mir jetzt gerade wieder aufgefallen Porträts, ich habe gerade das Portrait von meiner Frau gemacht, das ist mit den Haaren und so, hast du bestimmt gesehen. Und dann habe ich, ich mache da nicht groß Nachbearbeitung, aber da lief halt ein so ein Haar so quer über die Wange halt, was man halt so, was wieder nur ich sehe. Auf Instagram sieht man das ja nicht. Und das ist halt cool, mit der Nikon Z7 habe ich das gemacht, ich kann reinzoomen, kann das Haar wegmachen im Photoshop, das ist überhaupt kein Problem, weil ich so viel reinzoomen kann. Und das war früher immer so ein Gemurkse, wenn das irgendwie das Haar übers Auge läuft oder so, das war immer so ein Gemurkse mit 20 Megapixeln. Und das ist heute so easy, weil ich so reinzoomen kann, dass ich da einfach viel einfacher arbeiten kann. In der Portraitfotografie, in der Landschaftsfotografie ist es mir eigentlich auch egal, außer ich will groß drucken und habe das Gefühl, ja, ich will groß drucken. Ja, ich habe den Fall schon mal gehabt, ich habe bei uns auf meiner Arbeitsstelle für unser Büro Bilder groß gedruckt, so in 1,60 Meter mal 80, glaube ich. Und da ist ein Bild mit der Nikon Z7 gemacht und da bin ich an der Oregon Coast, da ist so eine Felsenbrücke und zufällig stand da so ein Influencer mit einer gelben Jacke. Und ich war da oben und habe den da drauf stehen und gesagt, komm, das Bild nimmst du mit. Und ich freue mich, wenn ich davor stehe und das ist wirklich eine winzig kleine Figur, also ganz klein. Und wenn man die dann wirklich als Mensch und alles erkennen kann, also da habe ich wirklich gedacht, cool, dass du die Z7 gehabt hast und nicht die Z6, es wäre nicht so rausgekommen. Das stimmt, wenn man wirklich so groß druckt und dann auch noch nah dran steht oder so, dann sieht man es. Genau, so wirklich direkt so davor, dann freust du dich einfach. Ja, über die kleinen, das ist tatsächlich so. Aber wie viele Fälle sind das herrscht? Genau, ich habe tatsächlich einen Fall, ein Bild von unserer Neuseeland-Reise, da hatte ich den A7 R3 dabei, also auch mit über 40 Megapixeln. Und das hängt bei uns halt über der Kaffeemaschine, auch über einen Meter breit. Und da stehe ich halt sehr nah dran, weil es an der Kaffeemaschine hängt und da freue ich mich auch jedes Mal, dass ich da die Grashalme sehe und eine Struktur im Holz und so. Und es ist tatsächlich so, dass ich jedes Mal, jeden Morgen stehe ich da und denke, hat sich gelohnt, die Megapixel zu nehmen. Für dieses eine Bild, das ist ein einziger von meinen, keine Ahnung, 200.000 Bildern. Ja, egal. Preisleistung. Keine Frage. Keine Frage, ja. Okay, ja. Was wäre denn mal so ein Projekt, was du gerne machen würdest, Oliver, wo du sagst, oh, das würde ich gerne machen, aber es geht nicht aus irgendwelchen Gründen. Geld fehlt, Zeit fehlt, was auch immer. Hast du irgendwie so ein Traumprojekt, das du gerne machen würdest? Also reisemäßig habe ich auf jeden Fall noch eine Traumsache vor, die werde ich mir aber erfüllen, das ist Patagonien, das werde ich in den nächsten Jahren machen. Das hatte ich eigentlich schon zur Pandemiezeiten vorgehabt, das war wirklich, das war für Ende März 2020 alles gebucht und Anfang März ging es ja los. Und dann habe ich das Ganze quasi verschoben auf 2021, aber war auch noch keine Möglichkeit und dann habe ich jetzt dieses Jahr halt Peru gemacht mit so einer geführten Tour und das heißt, das werde ich jetzt, sobald das möglich ist, werde ich das machen. Ansonsten, ich würde gerne nochmal in die USA zum Stormchasing gehen, da brauche ich aber Leute für, die das wirklich können. Also im Sinne von, ich habe das damals mit einem Kumpel wirklich amateurhaft gemacht, also einer hatte eine Radar-App auf dem Handy und wir haben so ein bisschen amateurhaft versucht, den Zähnen hinterherzufahren, hat ganz gut geklappt, aber es war natürlich nicht ideal und das würde ich gerne nochmal richtig machen. Aber wie gesagt, das kann ich halt nicht einfach sagen, ich fliege da rüber und mache das, sondern da brauche ich halt Leute, die wirklich extrem Ahnung davon haben. Ansonsten, ich glaube, alle anderen Sachen, ich glaube, wahrscheinlich jeder Landschaftsfotograf will immer irgendwann in Antarktis oder mal nach Grönland, wobei Grönland, glaube ich, ist noch eher machbar, aber Antarktis ist mir einfach, bin ich ganz ehrlich, ist mir einfach zu teuer. Also da kannst du ja ein Auto verkaufen. Warum will man da hin? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Also Fotografisch ist doch super langweilig. Oder? Also, oder nicht. Nie mit beschäftigt, aber... Zumindest, was ich so an Bildern gesehen habe, ist es halt, es ist halt so die ultimative Wildnis, ne? Also was ist halt sonst... Naja, Wildnis ist aber leer, es gibt ja nichts da. Keine Tiere, keine Tiere, kein gar nichts. Wenn du nicht direkt an der Küste bist. Doch klar, du hast Pinguine, genau. Ja, also ich meine jetzt nicht einmal durch die Antarktis durchlaufen, ich glaube, das ist nach einem Tag auch langweilig. Aber eher so an der Küste mit Pinguinen, mit den Eisbergen, mit diesen ganzen, je nach Licht, auch wirklich blauen Eisbergen unter Wasser. Diese ganzen Strukturen, die ganzen Formen und so weiter, das finde ich schon spannend. Okay. Also, aber es ist halt, ja, es ist Kostennutzen ist da gar nicht vorhanden, muss ich sagen. Okay. Ja. Ja, du bist selbstständig, zahl deine Firma. Das musst du nicht mehr selbst bezahlen. Oder so. So rechtfertige ich das manchmal. Überweisen muss ich es ja trotzdem selbst. Aber... Hast du denn irgendwas, was du auf jeden Fall noch machen willst, um ein Traumprojekt? Also Patagonien steht tatsächlich schon lange auf meiner Liste, wo ich irgendwie auch nicht zu... Weil man muss halt irgendwie mal drei Wochen am Stück und so und Familie und alles schwierig und so. Aber das will ich schon noch machen, bevor ich zu alt für sowas bin. Von so her, lass uns nach dem Videocall ruhig nochmal über Patagonien quatschen. Können wir gerne machen. Und sonst ein paar Sachen sind für dieses Jahr tatsächlich geplant, auf die ich schon sehr lange machen möchte. Von so her hoffe ich sehr, dass, wenn das alles klappt, dass dieses Jahr auch ein paar Sachen von der Liste runterkommen, sag ich mal so. Wenn ich jetzt aber nicht sprechen möchte. Ja, ich bin so ein bisschen durch mit meinen Fragen, Oliver. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Gute Frage. Nö, eigentlich nicht. Also erstmal Dankeschön, dass du mich hier zu Gast gehabt hast. Gerne. Hat mich gefreut. Ansonsten bin ich sehr gespannt auf Zielfoto Island. Weißt du schon ungefähr wann? Ostern hast du, glaube ich, mal gesagt. Kann das sein? Ja, also wir haben jetzt halt das Zielfoto Extrem, das jetzt erstmal in Arbeit ist. Das ist das Lektorat schon durch oder beziehungsweise quasi durch. Es fehlen mir aber noch zwei Texte, die nachgeliefert werden und so. Das wird sicherlich, das ist der Plan, dass es bis Ostern kommt. Und Island machen wir dann direkt danach. Wahrscheinlich wird es nicht mehr Ostern, sondern Mai oder so. Aber jedenfalls per se, wir haben alle Texte für Island. Das ist jetzt einfach nacheinander, wird halt beides gemacht. Das ist einfach. Wir hatten lange kein Lektor und so, deswegen haben wir da so ein bisschen Zeit verloren. Et cetera, et cetera. Aber jetzt ist das alles eingetütet und läuft los. Cool, bin gespannt. Ja, ich auch. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, Oliver. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, bei dem Oliver vorbeischauen auf Instagram und auf YouTube ein Abo oder zumindest ein paar Likes dalassen, wenn es dir gefällt. Und in diesem Sinne bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Okay, dann können wir Stop drücken, Oliver. Okay. Bye.